Ja, es gibt sie diese Tage. Da kommt man nach Hause und hat einfach keine Lust zu kochen. Machen Sie sich gemütlich mit Erasko, Deutschlands beliebtesten Eintöpfen. Mit allem drin, was richtig gut ist. Denn, sind wir doch mal ehrlich, an manchen Tagen muss es einfach Erasko sein. Erasko, das Gute daran ist das Gute darin.